In diesem Video sehen wir uns an, was ein SQL-Schema ist. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Mit einem Datenbank-Schema, auch SQL-Schema genannt, können Datenbank-Objekte logisch getrennt werden, sowie auch Zugriffsinformationen hinterlegt werden. Das bedeutet mit Datenbank-Objekten, diese können beispielsweise sichten sein, Prozeduren, Funktionen und vieles mehr. All diese können logisch in ein Schema, in eine Annahmensgebung verpackt werden. Wir sehen uns das am Beispiel der AdventureWorks-Datenbank an. In dieser Datenbank existieren mehrere verschiedene Schemen. Man findet diese im Management Studio bzw. am SQL-Server immer im Bereich Security und Schemas. Darin werden die Standard-Schemen, welche der SQL-Server defaultmäßig erstellt, sind hier zu sehen, sowie auch welche, die durch den User erstellt worden sind. In diesem Fall Human Resources, Person, Production, Purchasing und Sales. All diese wurden aufgrund einer logischen Trennung der Daten angelegt. Sehen wir uns das praktisch an? Wenn wir auf die Tabellen einen Blick werfen, erkennen wir, dass beispielsweise jene Tabellen, welche ausschließlich oder vorwiegend denselben Datenbereich oder Bereich abdecken, in einem bestimmten Schema angelegt wurden. Wie hier zu sehen, enthält das Schema Human Resources, das Department, die Employees und auch die Mitarbeiterprofile. Hingegen gibt es nun auch das Schema Production, welche dann Informationen zu dem Modell, zur Inventur, zu den Dokumenten, Kategorien bzw. Klassifizierungen und vieles mehr zusammenfasst. Wie man hier schon sehen kann, vereinfacht es das Arbeiten mit Daten, wenn man diese logisch zusammenfassen kann. Des Weiteren können auch diese Schemen Zugriffsinformationen speichern. Das bedeutet, ich kann ein Schema, in diesem Fall Production, nur für einen bestimmten Benutzerkreis freischalten. Das ermöglicht natürlich eine Art Zugriffsteuerung auf die Tabellen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich darüber. Tschüss und bis bald.